Winter in der Stadt. Für viele romantisch, aber für den Wiener Verkehr verheerend. Zahlreiche Komplikationen, Staus und Unfälle gibt's als Folge der ergiebigen Schneefälle. Die Wahl des richtigen Verkehrsmittels wird zur tagesbestimmenden Entscheidung. Manche bleiben sogar dem Fahrrad treu. Warum? Weil ich in 10 Minuten wohl sein muss. Ich möchte heute die Wege verkürzen. Ich möchte heute schneller sein. Es muss halt schneller sein. Diejenigen, die sich im Auto durch die Stadt gestaut haben, verzichten heute großteils auf den Parkschein. Denn dieser Move gehört nicht zu den Amtshandlungen eines Parkscheriffs. Wo die sich heute herumtreiben, bleibt Spekulation.